Es besteht eine Vielzahl von Möglichkeiten, sowohl das Startanlasser-System als auch das Ladesystem eines Fahrzeuges zu prüfen. Häufig werden hierzu die Komponenten und Systeme einzeln untersucht. Batterie, Generator, Anlasser, jedes Teil für sich. Auf diese Weise wird aber nicht das elektrische System als Ganzes geprüft und auch nicht die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bauteilen. Das APOWER-Skript von Andrew Schulgen hingegen erlaubt es, das komplette elektrische System als Einheit in einem einzigen Prüfvorgang zu testen. Das Skript analysiert automatisch sowohl die Batteriespannung als auch den Batteriestrom und erstellt einen umfassenden Bericht über den Zustand von Batterie, Generator sowie anderer elektrischer Verbraucher mit hoher Stromaufnahme. Die hierzu erforderlichen Signale lassen sich auf einfache Weise aufzeichnen. Schließen Sie die schwarze Krokodilklemme der Stromversorgung des USB-Autoscope 4 an den Minuspol der Fahrzeugbatterie. Nun wird die Messleitung an den Eingang Nummer 1 des USB-Autoscopes angeschlossen und Ihr anderes Ende mithilfe einer weiteren Krokodilklemme an den Pluspol der Batterie geklemmt. Dann verbinden Sie die APPA32 Stromzange mit Eingang Nummer 4 des Oszilloskops und wählen den 600 Ampere Bereich der Stromzange APPA32 aus. Klicken Sie im Programm auf Modes und danach auf APOWER. Dann halten Sie die Stromzange an das Batteriekabel. Richten Sie die Zange so aus, dass der Strom in Flussrichtung korrekt gemessen wird und die Polarität übereinstimmt. Kalibrieren Sie nun die Stromzange, damit die Nullanzeige in der Mitte des roten Bereichs des Bildschirms liegt. Beginnen Sie die Aufnahme. Dann umfassen Sie mit der Stromzange alle Kabel, die an einem der beiden Batteriepole angeschlossen sind. Schalten Sie das Fernlicht für 3 bis 5 Sekunden an und danach wieder aus. Schalten Sie die Zündung ein und warten Sie, bis sich die Benzinpumpe abschaltet. Nun starten Sie den Motor. Schalten Sie erneut für 3 bis 5 Sekunden das Fernlicht an. Danach schalten Sie die Zündung wieder aus und klemmen die Stromzange so ab, dass sie neben dem Batteriekabel bleibt, wo die Messungen erfolgten. Beenden Sie die Aufnahme. Klicken Sie im Programm OneScript Script ausführen. Tragen Sie die erforderlichen Angaben zur Batterie ein. Diese befinden sich in der Regel auf einem Aufkleber auf der Batterie. Hier sind es 356 Ampere. Klicken Sie OK. Die Ergebnisse und Auswertungen werden in einer Tabelle angezeigt. Die Messungen sind in drei Gruppen aufgeteilt, jeweils eine für Batterie, Generator und Anlasser. Messwerte außerhalb des Toleranzbereichs werden automatisch farblich hervorgehoben. Im vorliegenden Beispiel fällt auf, dass im Moment, wo der Anlasser anläuft, die Batteriespannung unter 9 Volt abfällt. Gemessen werden 7,2 Volt. Ein Abfall der Spannung unter 7 Volt ist unerwünscht, weil dann unter Umständen Probleme beim Starten des Motors und der Fahrzeugelektronik auftreten können. Welches war der Grund für den erhöhten Spannungsabfall? Die geschätzte Lebensdauer der Batterie liegt bei 94%. Anstelle der normalen 356 Ampere stellt die Batterie nur 335 Ampere zur Verfügung. Jedoch ist diese 6%ige Stromreduktion unerheblich. Dies zeigt an, dass die Batterie zwar nicht neu ist, sich aber in einem guten Zustand befindet. Auch der Anlasser und sein Stromkreis sind OK. Alle Parameter liegen im normalen Bereich. Vergleichen Sie nun die Eigenschaften des Anlassers mit den Eigenschaften der Batterie. Benötigter Batteriestrom für den Anlasser ist 684 Ampere. Die Batterie hingegen kann aufgrund ihrer Eigenschaften aber nur 356 Ampere zur Verfügung stehen. Schlussfolgerung Die Batterie kann nur wenig mehr als die Hälfte des erforderlichen Anlasserstroms bereitstellen. Der erhöhte Spannungsabfall während des Anlassens des Motors liegt also an einer zu kleinen Batterie. Betrachten wir einige andere Beispiele von Fehlern, die mit dem APowerscript aufgefunden worden sind. Dieser Bericht ist von einem Fahrzeug mit Kite-Startproblemen bei niedrigen Temperaturen im Winter. Der Besitzer hatte bereits ohne Erfolg eine neue Batterie eingebaut. Die Ergebnisse zeigen, dass die Batterie ungenügend aufgeladen wurde. Grund dafür war unzureichende Ladespannung des Generators. Ein neuer Spannungsregler löste das Problem. Im nächsten Beispiel ist die Ladespannung hingegen mit 17,5 Volt viel zu hoch. Dies ist sowohl für die Batterie wie auch für die Fahrzeugelektronik schädlich. Des Weiteren verursacht hohe Ladespannung vermehrt Elektrolyse. Und somit erhöhte Gasbildung bzw. Verdampfung des Elektrolyts. Dieses Gas ist eine explosive Mischung von Wasser und Sauerstoff. Ein kleiner Funken, eine Flamme, extreme Wärme kann schnell eine gefährliche Explosion auslösen, die die gesamte Batterie zerstört. Betrachten Sie das nächste Beispiel. Hier wurde die Batterie nicht ausreichend geladen, weil eine der drei Drehstromphasen fehlte. Der Bericht des Skripts zeigt wörtlich an, Strom einer Phase fehlt. Die Gründe dafür können eine defekte Gleichrichterbrücke oder defekte Statorwicklungen sein. In einem solchen Fall wird ein deutlich erhöhter Anteil von Wechselspannung, AC Ripple, ins Bordnetz eingespeist. Im folgenden Beispiel sticht hervor, dass der Anlasser nicht genügend Strom aufnimmt, obwohl die Batterie diesen zur Verfügung stellen kann. Die Folge ist, dass der Anlasser nicht über ausreichend Energie verfügt, um kräftig durchzudrehen. Nachdem die Fahrzeugbatterie bereits erfolglos gewechselt worden war, orderte der Besitzer dieses Fahrzeugs eine Diagnose an. Die tatsächliche Fehlerursache war erhöhter Widerstand im Stromkreis des Anlassers. Hier ist deutlich zu sehen, wie oxidiert die Kabelverbindung zwischen Motorblock und Minuspol der Batterie war. Das Skript ist auch in der Lage, unzureichenden Kontakt zwischen Schleifbürsten und Kollektor des Anlassers zu erkennen. Ein solcher Fehler kann schädliche Interferenzen im gesamten Bordnetz verursachen und zur gleichen Zeit kann der Anlasser noch normal funktionieren. In anderen Fällen kann der Anlasser völlig ausfallen. Es gibt andere Fehler, die ein ähnliches Fehlerbild verursachen können. Dies können etwa lose Kabelverbindungen oder verschlissene Kontakte des Magnetscheiters sein. Werden die Glühkerzen eines Dieselmotors während der Messungen aktiviert, dann stellt das Skript zusätzliche Informationen über deren Funktion und das zugehörige Relais bereit.